Lesespuren sind ein fantastisches Werkzeug, um Lernende zum Schreiben und Lesen zu motivieren. Lesespuren online ermöglicht es, dass Schülerinnen und Schüler ganz einfach am Computer eine Lesespur erstellen und mit anderen teilen können. Was ist eine Lesespur? Eine Lesespur erzählt eine Geschichte in einzelnen Abschnitten. Sie kann Rätsel und Verzweigungen enthalten sowie auf Aktionen und Entscheidungen der Lesenden reagieren. Um dies zu ermöglichen, stellt Lesespuren online einfach zu Lernende sehr mächtige Kommandos zur Verfügung. Dadurch werden die Lernenden auf motivierende Weise nicht nur ans Schreiben und Lesen, sondern auch an die informatische Bildung herangeführt. Die Grundlagen sind in weniger als fünf Minuten erklärt. Eine Lesespur beginnt als gewöhnlicher Text. Hier zum Beispiel, wie ich am Morgen aufstehe. Damit das eine Lesespur wird, unterteile ich den Text zuerst in Abschnitte. Diese kennzeichne ich mit einem Titel, der von Gleichheitszeichen eingefasst ist. Im Editor werden die Titel automatisch hervorgehoben. Wenn ich jetzt auf Start klicke, dann kann ich die Spur ausprobieren. Im Moment sehe ich einfach die erste Seite. Damit ich nun von einer Seite zur nächsten gelange, verwende ich den Befehl weiter. Befehle bestehen immer aus einem Kommandowort und einer Klammer, hier einer leeren Klammer. Wenn ich diese Spur starte, dann habe ich jetzt eine einfache Geschichte, der ich folgen kann. Damit die Spur etwas spannender wird, habe ich ein Rätsel eingefügt. Hier muss man anklicken, welches hier Miau macht. Wenn man falsch klickt, dann bekommt man eine Nachricht angezeigt. Und nur wenn man richtig klickt, dann geht es auch wirklich weiter. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich habe Links gesetzt. Ein Link ist ein Text, den man anklicken kann. Im Code sieht das wie folgt aus. Zuerst der Text, dann zwei Sternchen, dann der Befehl, der ausgeführt wird, wenn man den Text anklickt. Bei falschen Antworten wird mit dem Befehl Nachricht ein Text angezeigt. Bei der richtigen geht es weiter. Das ist nicht sehr kompliziert, oder? Wenn du das nicht auswendig weißt, dann kannst du das auch jederzeit von einem Beispiel oder einer anderen Spur mit Copy-Paste in deine übertragen und dann anpassen. Eine Sache schauen wir noch an. Lesespuren können Verzweigungen enthalten. Zum Beispiel muss ich mich manchmal am Morgen entscheiden, ob ich lieber ins Büro fahren oder zu Hause arbeiten will. Verzweigungen mache ich, indem ich statt weiter den Befehl gehe verwende. Mit Gehe kann ich auf eine beliebige Seite springen und so verschiedene Wege einbauen, je nachdem, welchen Link die Lesenden anklicken. Jetzt kannst du nach nicht einmal fünf Minuten schon komplexe und interaktive Lesespuren mit Rätseln und Verzweigungen machen. Mit einigen weiteren Befehlen kann deine Lesespur Bilder und anklickbare Karten enthalten und auch darauf reagieren, welchen Weg jemand zuvor genommen hat oder was jemand vorher angeklickt hat. Damit sind deiner Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Probier es aus auf www.lesespuren-online.ch und�mauInnenne.ch Und